Ich bin bisher noch nicht gestorben. Der Tutu Babyflitzer 2 in 1 Turbo Turben von VTAC und passend zur Weihnachtszeit, der Tutu Babyflitzer ab ins Kalender. Na jetzt geht's, die Mission auf die 19 Jahre vorbereitet haben. Ziemlich geil! Oh, jetzt hätten die Leute in der Kälte rum. Und außerdem spiele ich Solo sehr gerne. Jetzt bin ich nicht mehr in der Kälte. Sorry, dass ihr es so sehen müsst, aber sonst kann ich nicht gut spielen. Man müsste halt so gucken. Nein, bald kommt der Sturm. Ich bin bisher noch nicht gestorben. Ich kann leider die Woche nicht mehr nehmen, weil ich hab meine Tasche voll. Oh, ich will Autofahren! Das Auto ist zu lang, aber ich kann nicht mehr fahren. Wehe, die Batterie ist schon voll. Wer hat mir dieses Schrottauto gefahren? Ich kann nicht mehr auf den Kälte rum. Okay! Wir waren schon glühter. Wir sind da. Die Allianz Autoversicherung. Wir wollen scheine Leute. Sorry Leute für die Dicke, mir ist kalt. Ist ja auch November. Ich wollte ja gar nicht so spielen, aber geht ja nicht. Der müsste mich halt sehen wie ich zocke. Ihr wisst ja, dass ich heute noch zocke. Ich hab leider keine Kamera, weil ich muss mit dem Handy zählen. Ach ne, ich bin jetzt an den Kachstern an. Ich bin fast tot. Ich bin jetzt von 131. Das ist so unfair. Da guck mal, ich bin doch gestorben. Ich bin jetzt von 139. Mach die Augen auf. Jeden Abend sauber für mich. Ich mach das mal ein paar Fälle. Ich häng das mal ein bisschen für euch. Und schulden. Vielen Dank.